Das ist eine Kirche, Alter. Willst du... ...Kirchkasse plundern? Stampf da mal nicht so rum wie so ein Renault zuerst. Wollen wir's angreifen? Wollen wir mit unseren Hünderpistolen? Na Untertier! Alter mach dich vom Fenster weg! Vom Fenster weg! Naja, nicht so... Mich stört das nicht. Na doch, eigentlich schon, aber nee. Ey Alter, bring dich nicht zum Lachen, ich muss aufs Klo. Wurde ich sagen, ja. Oh, rechts steht der Wassertöfel. Hm. Äh, hier ist ein Fahrstuhl, warte da unten. Willst du mich runterlassen? Na. Na dann. Mit Glück. Danke. Mit dem Fahrstuhl hast du ja immer schlechte Erfahrungen gesammelt. Hm. Aber diesmal kann er dir ja nicht auf den Kopf fallen. Nee. Ähm, nö, hier ist nichts. Hm. Na komm, wir treffen uns draußen. Oh. Er schien an dir sehr interessiert zu sein. Was an mir? Ja, aber jetzt stehen wir immer noch zu dir hinter geschaut. Achso. Ja. Er hat den Geschmack. Hahaha. Ja. Aber das tut mir jetzt mal die Kliegeschläge. Schwammelbistel. Ja. Hier kommen wir drüber. Okay. Achso. Scheiße. Achso. Ich hab ne Axt an meiner. Ich kann ihn nicht mal tot schlagen. Ich nehm den Ring so lange. Mach's drüber mal. Dauert ne Weile. Warte, ich kann ihn mit der Pistolen. Ach Gott. Kommt. So bitte. Ja, was sagt die Karte? Könnte durchaus... Hier drinnen... Hier drinnen. Hier drinnen. Hier drinnen. Nur so ein Fettsack. Nur so ein Fettsack wie wir hier draußen. Nur so ein Fettsack wie wir hier draußen. Das stimmt. Schade. Oh, er ist. Oh, er ist. Ja, danke. Warum sind wir eigentlich erschlingen? Oh, er ist. Oh, er ist. Oh, er ist. Oh, er ist. Kommst du mit rein? Oh, da ist nichts drin. Was willst du denn da? Ich schalte auf eine Kaste. Was ist eine Kaste? Kasschen. Achso, eine Kasse. Ah, da ist aber nichts. Das ist eine Kirche, Alter. Wozu? Kirchkasse plundern. Die Kollekte klauen. So einer bist du. Oh. Schüsse. Wenn wir uns in Kampf stürzen oder Krematorium im Äcker. Und mit unseren Gummipistolen. Ui. Der war noch. Ui, ui, ui. Wenn der uns mal nicht gesehen hat. Stampf doch mal nicht so rum wie so ein Renault zu was. Ja, darfst du nur noch in Deckung gehen. Das kannst du auch leiser. Erst mal raus auf den Schuss fällt. Hm. Aber ich glaube nicht, dass der von uns geschossen hat, oder? Nö, glaube ich auch nicht. Da läuft er. Da läuft er. Komm, den knall mal ab. Oh, es sind zwei, Alter. Ja. Ja. Die war ne Siegel. Was ist der zweite? Wollen wir es angreifen? Aber wenn wir mit unseren Hünderpistolen. Ich glaube zweimal todern. Du musst ranrennen. Ja. Wollen wir? Ja, ja, klar. So, ich hab einen. Ja, mal. Oh, fuck. Schieß, Alter, schieß. Wo ist denn? Na, unter dir. Wir hoffen. Gut. Der Köder muss weg. Ey, hat mir der Köder auch nicht was abgezogen, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Halleluja. War dann seine scheiß Waffen. Oh, der hat 75 Blatt dabei. Deiner. 50. Oh. Da sag ich natürlich nicht nein. Nein, die hat er 50 gekauft. Cool. Puh. Okay, die haben es hinter sich. Hast du mal nach dem sein Waffen geguckt? Ich muss mich kurz nachladen. Also habe ich ihn. Oh, der hat überhaupt keine Waffe dabei, oder? Die liegt vielleicht oben. Die hat er vielleicht auf dem Dach schon sie geschmissen. Oh. Der muss hier draußen. Ist ne Leiter. So, ich brauche auch oben den Medipack. Warte mal, dann geh mal wieder rein. Dann gehen wir jetzt mit die Person. Ey, ne, hier ist noch eins. So? Oh, der erste Kampfjahr. Ich bin schon wieder völlig außer mir. Ja, die liegen bestimmt auf dem Dach. Kann nicht sein, dass hier die Waffen nicht da sind. Ah, hier. Konstant mit jemandem. Was denn? Was? Ich habe einen. Ich habe den anderen. Den Karabiner von einem anderen Typen. Nimm du, ich habe alles. Ich konnte den immer. Warum nicht? Achso, weil du so ein kleines, mittleres Lotz hast. So, wir waren aber auf dem Weg zum Krematorium. Aber da sind die ja her. Ich komme der Wache also nicht. Ich komme erst mit Deckung. Ja. Dann schauen wir mal was. Oh nein. Aber im Stillwart, da waren wir schon oben. Schlachthaus? Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch. Da waren wir noch. Devant Ranch. Da haben wir zwei Schüsse gehört. Da gehen wir Schlachthaus und dann Devant Ranch. Ich hätte auch gesagt. Ey, wir haben sie mit unseren Kumbi Waffen umgebracht, Alter. So, die war aber. Cool. Dann müssen wir abversinken. Dann gehen wir gut. Ja, wo stampfen, aber ist das wieder so pep, oder? Ja. Ah, da hinten ist ein Fetter. Oh, ey. Spinner. Scheiße. Scheiße. Alter, mach dich vom Fenster weg. Vom Fenster weg. Vom Fenster weg. Vom Fenster weg. Ey, danke. Ja, der hat noch geklaut. Entschuldigung. Ich wollte raus, da sind zwei Zombies gestanden. Scheiße. Weil der Licht ist lang. Der Licht ist lang. Der Licht ist lang. Ist es aus? Ist scheiß Licht andauernd, Alter. Ist es aus? Ja. So, komm, jetzt können wir hier hin. Entdeckung klein, ne? Ja. Ja. Aber so wie der tobt, wissen wir sowieso, dass wir da was haben. Nö, der tobt immer. Denke ich, oder? Ja. Ja. Willst du irgendwo Medikate? Äh, ich hab vorhin, glaub ich, eins gesehen. Du, das ist sinnlos. Ich schau mir auf Karten. Ach so? Ja. Da hat er noch immer sich gesammelt. Ja, dann kommt er ja auch bald her, oder? Ja. Dann kommt er ja auch bald her. Warte, ich mach mich, du bleibst dort, ich mach mich dahinter. Ist natürlich ein bisschen kacke, weil wir so verstreut sind. Ich will gerade so umlaufen, jetzt weiß ich. Mhm. Also, sie können um so eine Heimhauskirche, um hier mal, Catfish Grove, mit der Heimbranche. So. Ja. Das ist keine Ahnung mehr von Tod und von Tod. Nein. Nein. Was denn? Fuck, der hat das Medikate nicht noch mal. Da ist überhaupt die scheiße auch mit drin. Ja, ich hab mich schon gewundert. Ich dachte, wieso nimmt der kein Medikate mit? Aber du hast doch nur, du nimmst bloß das mit und das. Da dachte ich mir, okay, wird schon sein Grund haben. Ach, nein, ich bin nur mit einem Medikate mit. Hm. Scheiße. So, jetzt warten wir. Wenn keiner kommt, machen wir das Vieh. Aber wir warten. Und nicht nur eine Minute und renn rein. Wir sind geduldig. Ich tue, wir haben das letzte mit 20 Minuten gewartet. Was, du willst gerne 20 Minuten warten? Wir haben das letzte Mal 20 Minuten gewartet. Nein, beim letzten Spiel haben wir nicht mal 2 Minuten gewartet. Da wolltest du los in die Kirche. Das Gute an der Sache ist ja, dass du ja auch nicht siehst. Ich meine, das ist natürlich nicht gut im Sinne von schön. Aber du siehst nicht, wie viele erschossen werden. Und wie viele raus sind. Du weißt nie, wie viele Jäger noch auf der Map sind. Hm. Das ist halt das Spannende noch. Ja, ich weiß nicht. War vielleicht manchmal nicht schlecht. Nee. Wenn du es gut zu sein werden, ne? Also nicht unbedingt, wenn du alles stirbst, dass du es kurz siehst. Naja, dann wirst du ja, wie viele schon raus sind. Naja. Das nimmt dem Spiel ja... Oh, das sind die Spannende noch im Spiel, ne? Ja, ja. Oh, was war das, Alter? Das ist auch wieder die scheiß Dingkiss jetzt. Keine Ahnung, was das da ist. Ich kann jetzt auf Dynamit gehen sein. Aber sonst dieses komische Gewummern. Aber hast du... Im Video hast du das Video angeguckt? Ne, oder? Ne. Ich hatte ja letztens, wo wir letzte Woche gespielt hatten, zweimal Stimmen gehört hier. Also es war Werbung. Aber frag mal nicht, wo die reingekommen ist. Was? Auch bloß kurz. Da ging es Aladin. Aladin? Also die Werbung für Aladin und die Wunderlande oder sowas. Keine Ahnung. Er sagte bloß Aladin, der Sprecher und nochmal Ruhe. Und vorher kam noch irgendwie so eine Frauenwärmung, für was wir sich binden oder was. Keine Ahnung. Und die hatte auch bloß 1-2 Worte gesagt und dann mach es auch Ruhe. Das habe ich nicht kapiert, woher das kam. Also das Konrad informiert mir, wenn es ein Kind mitten unter dem Spiel. Von dir hast du einen Fernseher angehabt? Der läuft eigentlich wie neben mir. Ach so. Ach so. Der Ton ist aus. Und ich mache ja auch eine Drohung zum Sprechen. Hm. Ich will mal kurz gucken, wo hier die Fliegenpitch steht. Das Getrampel geht ja schon auf den Sack, Alter. Oder? Hm. Ich. Oder hast du schon komplett deinen Verstand von dem Worte? Nein, nein. Das stört ihn nicht. Ich habe mich daran gewöhnt. Ach jetzt warten wir schon locker 5 Minuten. Das ist... Ich kann es aushalten. Naja. Mich stört das nicht. Na doch eigentlich schon. Aber ne. Wir müssen getuldig sein, Alter. Das ist auch ein... Wie vorhin der Typ. Hast du gesehen? Der hat Glück. Wie heute Jürgen. Komm rein. Hm. Er sitzt wahrscheinlich jetzt noch dort und wartet, dass jemand kommt. Aber ich habe nämlich erst gedacht, ich habe die Spinne gefunden, weil es hat so hier raschelt so komisch. Mhm. Und dann habe ich geguckt, ne, schlechter ja. Und dann fing der an loszurennen, wie so geistesgestörter. Ich müsste eigentlich mal auf Toilette. Hm. Ich müsste eigentlich mal auf Toilette. Aber... Ich halte es an. Maximal... 20 Minuten noch. Aber Alter, du hast ja Schrot, Junge. Ein Schuss. Achso. Und wo ist der Rest? Ich habe... Nein, nein. Ich habe 10 Schuss übrig, aber nur eine im Magazin. Achso. Ja. Ich habe nicht nur die Kette, weil die macht jetzt schon ein bisschen Schaden. Aber da... Schauen, dass ich meinen Kopf triebe oder so. Naja, aber der Typ steht auf Schrot. Rennst halt rum, lädst nach. Ja. Verpasst eine Ladung, rennst weg. Und lasst dich, um Gottes Willen, plötzlich nicht wieder treffen. Ja. Nicht so einfach wahr. Naja, du brauchst immer nur einen Kreis. Also das ist... Die Hütte da drin ist sehr großzügig veranlagt. Da hast du viel Platz. Ich weiß nicht, ich müsste drüber ausschauen. Ich schaue mir, dass ich den Kopf triffe und ansonsten nur laufen. Nachladen, schießen, laufen... Ich weiß nicht, den Kopf brauchst du. Das ist glaube ich auch nicht so interessant, oder? Der Kopf ist ja eh bloß angenäht. Das reicht, wenn du den ganzen Kerl triffst. Aber ich muss sagen, wir haben echt Geduld, oder? Geht mir zwar auf den Sack. Ich will eigentlich Action, aber... Auch. Für den Preis, den wir erhalten, nehme ich das gerne mal in Kauf. Aber es wird nicht besser irgendwie mit dem Mikro. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin noch nicht so schnell. Wir haben 10 Mikro immer. Hm, komisch. Schlechte Internetverbindung. Die haben dir doch was von Bern erzählt. Von wegen... Wie viel? 200? 500. 500? Mbit? Ja. Aber es ist extrem... Also es ist schlecht, muss ich sagen. Wenn du sprichst, es ist... Es ist kein... Hörgenuss. Ey, Alter, bring mich nicht zum Lachen. Ich muss aufs Klo. Und? Oh meinst du, die halten das genauso lange aus wie wir? Sollen die so viel Geduld haben? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und? Aber man hat schon Pferde kotzen sehen. Vor der Apotheke sogar. Guck mal hier um die Ecke, Alter. Hier hinten ist auch ein Fenster, da spring ich rein. Ob man für den Fettsack auch eine Falle hinlegen kann? Ob der da Blutungsschaden kriegt? Ich probier's mal. Du kannst natürlich auch vorne rein, Alter. Weil wenn ich jetzt raus will... Ich hab hier eine Falle hingelegt. Bin mal gespannt. Hast voll reingelatscht, der Idiot. He. Also von der Sache an wir noch schön viel Platz. Hier hinten steht dann auch noch ein Medipack, falls du möchtest. Oh, ist es hinter mir oder was? Oh, Tatsache. Wieso? Ja, ist hinter mir, Herr. So, die Falle ist zu. Oh, jetzt wird er fuchsig. Was ich jetzt vorher nicht riefen habe. Ja. Oh, fach, ich rote. Oh. Letzte Kugel. Oh, er spackt rum, aber er ist mir sehr auf den Fersen. Oh, scheiße. Wo ist er? Wo ist er? Hier kommt der Angequiekt. Er ist zu dir abgebogen, Alter. Oh! Er kümmelt. Oh. Oh, der hat seinen Schädel verloren, Alter. Ey, das Schwein. Ich brauche jetzt, was ich mal kippen will. Okay. Da hinten war Munition. Warte mal, ich wollte es gucken, nicht, dass hier jeder der Unwesen treibt. Das fangen wir gleich. Okay, wo ist der Specksack? Okay. Alter, ich aber auch. Oh, der Wanner. Was hinter mir her? Da kommt. Was sagt er, Zeit? Äh, 10 Minuten. Okay. Okay. Wollst du die Plakette? Ja. Komm. So, komm, wir renn hier hinten raus. Mal kurz einen Blick riskieren. So. Du, ich? Ich mach mal Schattensicht. Sieht okay aus. Immer diese Dreckslampe, Alter. So, jetzt mal heißes Bein in die Hand nehmen. Ja. Und die Sicht nicht vergessen. Nicht, dass wir hier auf den letzten Meter noch eine Kugel abkriegen. Ja, ich hab noch geschaut. Ich hab jetzt vier Sekunden vor dem Sitz. Okay. Also, ich hab jetzt mal hier rauf und runtergeschaut auf meiner Seite. Schau mal durch, da haben wir die Seite. Ja, sieht okay aus. Ich hab nichts gesehen. Oh, endlich aufs Klo. Ach so, aber jetzt nicht. Ich verstehe es nicht. Wir, wo ich, die zwei haben, äh, sind sie erschossen worden? Tja. Keine Ahnung. Oh, vielleicht waren die bloß an den Hinweisen interessiert an der Kohl oder so. Ich weiß nicht. Oh, 500 Punkte. Oh, noch ein. 800 Punkte für die Jäger. Oh, 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 oh. Oh, 750. Schön. Oh, da hat er wohl das Glück. Ja, so. 2.283. Wow. Endlich wieder ein bisschen Kohle in der Kasse. Ja, oh, geil. Oh, hier auf die 23.000 zuhören. Nice. 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 Bis zum nächsten Mal.